Einen wundervollen guten Tag und willkommen zurück zu Node.js. Heute wieder mal mit Datenbanken und natürlich geht es weiter mit unserer MySQL-Datenbank. Wir haben hier tatsächlich letztes Mal mit MySQL 2, das ist ein Package für NPM, haben wir uns mit dem Pool verbunden, also mit MySQL erstmal verbunden, welches wir übrigens über die MySQL Workbench installiert haben, beziehungsweise die haben wir dazu noch installiert und damit haben wir dann alles aufgesetzt. Jetzt ist das nicht unbedingt die feinste Art für uns, denn wir müssen hier den dreckigen Datenbank-Code von Hand schreiben und da oben, das ist jetzt ein Select All, das ist jetzt relativ unspektakulär, aber wenn wir dann Richtung hier unten gehen, db.execute und dann Insert into Users und dann müssen wir noch darauf achten, dass wir keine SQL-Injections erlauben und wir müssen so viel im Kopf behalten und irgendwie ist das Ganze auch ein bisschen unangenehm. Und deswegen gibt es etwas viel, viel Besseres, was wir hier statt dem Ganzen verwenden können, nämlich, tada, unser, äh, Moment, tada, tada, das da, unser SQLize. SQLize ist eine Datenbank, äh, beziehungsweise ein Library für auch Datenbanken und ist im Endeffekt ein Wrapper drumherum. Das heißt, mit SQLize habt ihr ein ORM, ein Object Relational Mapper, um euch eben auf eure Datenbank zu verbinden. Und im Hintergrund wird, ähm, eines davon hier benötigt, das heißt, ihr braucht natürlich SQLize, ihr braucht aber auch eine Verbindung zu zum Beispiel Postgres, was auch eine Datenbank ist, oder MySQL oder MariahDB oder SQLite oder TDIUS, ähm, was für Microsoft SQL Server ist, oder IBM DB, äh, was für DB2 ist. So, und das heißt, wir können uns hier aussuchen, was benutzen wir eigentlich im Hintergrund. Wir haben uns für MySQL entschieden, weil wir damit schon einigermaßen warm sind. Wenn ihr aber zum Beispiel Postgres benutzen wollt, benutzt ihr einfach die Library hier und es ist überhaupt kein Problem für euch. Die Verbindung, alles im Hintergrund ist genau gleich. Ihr müsst nur eine andere, ähm, eine andere Installation vornehmen. Das ist alles. Es ist ein anderes Paket. Aber SQLize macht alles für euch. SQLize macht die Verbindung. SQLize macht das Queryn. SQLize macht, ja, wirklich alles, was ihr damit machen könnt. Das heißt, für euch, wenn ihr dann am Ende damit rumcodet, ist es kein Unterschied mehr, ob ihr im Hintergrund Postgres benutzt, MySQL, MariahDB, SQLite oder Microsoft SQL oder IBM. Ähm, völlig egal. Und dementsprechend ist das schon sehr angenehm. Was ist, das ist natürlich auch ein Grund, warum ich euch das Ganze zeigen möchte. So, also, was, was ändert sich für uns? Naja, zunächst einmal müssen wir natürlich SQLize installieren. Über unser Terminal machen wir das. NPM. Und wir haben übrigens gerade einen Shortcut hier auch gesehen, dass I steht einfach für Install. Ja, also ich kann auch NPM Install schreiben oder ich kann NPM I SQLize schreiben. Und jetzt können wir nochmal vergleichen. SQLize. SQLize. Ja, dass es auch wirklich richtig geschrieben ist. Das ist immer wichtig bei den NPM-Paketen, dass ihr die richtig schreibt und nicht irgendwelche falsch geschriebenen Pakete installiert. So, und wenn wir das haben... Ähm, sorry, ich musste ganz kurz einmal hier ein Update machen für NPM. Das war natürlich nicht teiltes Tutorials, aber die haben scheinbar gestern was rausgepusht. Egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Möglichkeit, natürlich hier SQLize zu verwenden. Ist natürlich jetzt auch in unserer Package.json vorhanden. SQLize Version aktuell 6.15.0. Okay, und das ist tatsächlich jetzt gar nicht so problematisch. Wir können das hier relativ simpel machen. Wir können sogar hier tatsächlich sagen, das hier brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Wir brauchen nicht mal mehr diesen Pool hier. Das macht alles SQLize für uns. Das heißt, was wir hier jetzt als erstes mal machen ist, ähm, ich erstelle uns mal hier eine neue Datei. Ähm, eine neue File. Und wir nennen die, ähm, modern dbConnection. Also, ne, modern.javascript natürlich. So, und, ähm, hier drin. Wir lassen das jetzt mal hier drin. Also, das hier mit db.execute. Das lasse ich hier zwar drin, aber ich, ähm, kommentiere das aus. Wir machen das hier mal. Ähm, wobei, also, ich mache das hier jetzt mal absichtlich raus natürlich. Ähm, der Grund hinten dran ist, warum ich das überhaupt drin lasse, ist, dass ihr dann am Ende noch nachvollziehen könnt, was wir hier ursprünglich gemacht haben, ja. Damit wir hier nicht irgendwie denken, oh, was ist denn da passiert? Wieso brauche ich das denn jetzt alles plötzlich nicht mehr? Ähm, genau. So, das vielleicht ganz kurz hier oben drüber erklärt. Old dbConnection. So, was wir jetzt hier tatsächlich machen wollen, ist, wir wollen ja auch gar nicht mehr hier die const db requiren, sondern wir wollen, ähm, die const db, ups, db, als require modern database connection haben. Und dazu müssen wir hier natürlich erstmal was schreiben. Wir müssen hier erstmal im Endeffekt das hier machen, unsere Verbindung aufbauen, die database schreiben, das Passwort setzen und natürlich auch was exportieren, damit wir hier überhaupt was, ja, haben, was wir importieren können. Also, was wir machen ist, wir importieren SQLize. Und jetzt gibt es hier einen kleinen Twist, ähm, das liegt einfach da dran. Also, man schreibt das normalerweise groß. Ihr könnt es im Endeffekt nennen, wie ihr wollt. Aber der Hintergrund ist, dass bei SQLize am Ende eine Datenbank, äh, eine, eine Klasse exportiert wird, die uns die Datenbank aufbaut. Das ist im Endeffekt diese Klasse hier. Und Klassen schreibt man klassischerweise groß. Hä, versteht ihr? Klassischerweise. Ähm, sorry, da war sehr trocken. Okay, was wir hier machen wollen, ist also SQLize importieren. Und hier unten bauen wir dann aus der, aus der Klasse SQLize unsere konstante SQLize, die dann eben die ganze Verbindung für uns handelt. Das heißt, wir schreiben hier, SQLize ist gleich new SQLize, weil wir auf diese Klasse zugreifen, das new Schüsselwort hier. Und was wir brauchen, ist hier erstmal alle Informationen, um uns damit zu verbinden. So, diese Informationen haben wir natürlich von hier drüben. Wir wissen, unsere Datenbank heißt Node Tutorial. Okay, also wenn wir hier drüber hovern, sehen wir das auch, was wir eigentlich brauchen. Aber es ist ein bisschen unübersichtlich, da bin ich ehrlich mit euch. Also wir brauchen als erstes den Namen unserer Datenbank. Der ist immer noch gleich. Dann brauchen wir das Passwort unserer Datenbank. Und dann brauchen wir, äh, sorry, den Nutzer unserer Datenbank. Wir haben uns als Root verbunden. Dann brauchen wir das Passwort für unseren Root-Benutzer. Das haben wir hier auch stehen. Im Endeffekt, das da, ja. Einfach von vorne nach hinten durch. Dann wollen wir, ähm, SQLize sagen, wie wir drauf verbinden wollen. Eine Information fehlt nämlich noch, nämlich hier Host, Localhost. Ähm, und da kommt noch eine weitere Sache rein. Man kann hier SQLize angeben, was für ein Dialekt man schreibt. Man kann das machen mit Dialekt, Doppelpunkt, und wir schreiben hier uns MySQL als Dialekt sozusagen rein. Es ändert nicht viel, es ändert nur ganz, ganz wenig, aber SQLize kann im Hintergrund dann teilweise Sachen optimieren und teilweise schneller Dinge ausführen, okay? Das heißt, ihr könnt mit SQLize schneller sozusagen zum Ergebnis kommen. Und wir sehen hier, wir können übrigens auch sehr, sehr viel mehr machen, aber wir brauchen eigentlich nicht mehr so viel. Das Einzige, was wir vielleicht noch machen sollten, wäre denn, Host auf Localhost zu setzen. So, und damit haben wir eigentlich schon alles. Jetzt können wir SQLize exportieren. Das heißt, wir sagen hier, ähm, Module, Export, und sagen, wir setzen das hier auf SQLize dann am Ende. Und damit können wir SQLize dann auch hier importieren, und zwar als Const DB. Das heißt, wir requiren hier jetzt ganz einfach, ähm, und zwar Punkt Slash, Modern Database Connection. So, und das ist im Endeffekt jetzt die Variante, wie wir uns hier verbinden wollen. Also, das hier wird jetzt, ich, ich schreibe das vielleicht ein bisschen um. SQLize, ja? Ähm, SQLize, ich weiß, ich spreche es normaler als SQL aus, aber SQLize in dem Fall hier so geschrieben, damit es keine Verwechslung gibt, ja? Das ist nicht das Paket, was ihr installiert habt. Das ist wirklich jetzt eure Konstante, die ihr hier aus dem Requires rausbekommen habt. Hätte ich hier vielleicht auch machen sollen. SQLize, so. So, so gibt es keine Verwechslung, ähm, und wir haben alles, was wir brauchen. Okay, cool. Und damit können wir uns jetzt mit der Datenbank verbinden schon und können alles machen, was wir brauchen. Und das als ORM-Lösung, als Object Relational Mapper, was deutlich angenehmer ist. Trust me, ihr müsst nicht mal unbedingt SQL lernen, wenn ihr den Object Relational Mapper, ähm, haben wollt, sondern ihr könnt ganz einfach mit eurem Code sehr natürlich drauf zugreifen. aber das ist Thema fürs nächste Mal. Bis dann, ciao.